Andrea, ich gratuliere. Du hast dir die Aussicht verdient. Wenn du jetzt hier schaust, haben wir hier den Flughafen. Dort siehst du gerade Flugzeuge landen. Nebendran, das ist Oerliker. Dort siehst du das Radiostudio. Wenn du einfach ein bisschen rübergehst, das ist wirklich die Innenstadt von Zürich. Ganz schön jetzt auch. Man sieht bis zum Bellevue. Wenn du dort rüber schwenkst, kommst du Richtung Zürichberg. Noch ein bisschen weiter, das ist Decentis. Das sieht man ganz schön jetzt im Morgenlicht. Ach komm, leck mir noch am Arsch. Oh, der Scheissdreck. Das wäre eine Gladner Alpe. Ich gehe jetzt ein, ich gehe nach oben. Du mit deinen Gladner Alpen. Ich habe gerade beim Pranktower etwas organisiert. Das hast du nicht.